um 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 das macht nichts was wir brauchen vielleicht ja was ist das nicht so was brauchen wir denn für die ganzen zu essen Spirits Also eine Soße Chili mach ich uns schon essen ne Wasser Wasser muss ich mitnehmen Was hier Kojote ich sehe schon wieder Rinser ne Oh hier sind wieder die tollen Bilder Oh da muss man so ein bisschen aufpassen Ja Oh ich könnte mein Helm nicht mal anmachen Ja schon anfängt zu sortieren Ja natürlich Nach Anfang an so gar keinen hier Verwirrung reinkommen lassen Ja habe ich vergessen aber vielen Dank Ja Irgendwo Euch helf Bitte Hallo Hallo Ist anybody da Anybody da Anybody da Aber Freundchen Freundchen Oh nein Ah Ich hasse Bam Headshot Hallo Blas Achso Ah hier der Nachbar ist irgendwann auch schon wieder vor der Tür Kevin Ich bin sicher Ich bin sicher Deswegen konnten sie nicht sparen Weil wir im sicheren Bereich waren Ne aber den habe ich danach erst gesetzt im sicheren Bereich Achso Ich finde das sieht ja auch gar nicht mal so schlecht aus ne Ja Gibt Schlimmeres Ich habe keine Horden Ich habe keine Horden Ich habe keine Horden Ich habe keine Horden Du hast das hier schon Ah ne hier gezogen Ich habe keine Horde Ich habe keine Horde Waffen Langsam Horde hat wahrscheinlich nur der Das war Das war Was war Das wieder weg ist Wo haben die denn jetzt alle her Von Dreisen Junge Von Dreisen Beim Walden komme ich schon auf Auf die Schnuppen Auf die Schnuppen Warme Handsichel Dein Arm ist verfault Und dein Kopf auch Ist doch ganz schön gemein Kannst du ruhig ein bisschen netter sein Anscheinend auch nicht Freigeschall Sehe ich auf dem Handy Auf dem Handy Achja du bist ja hier Doch nein Nein Das ist ekelhaft Richtig räudig Oh nein Ähm 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 Ich habe keine Horde Probleme Rinser 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 Ich habe nichts gemacht Nein Nein Der Rinser Ne Bei so Status Effekten So Ach alter Da brauchst du was nicht machen Bist doch besoffener Schlichtens Hau 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 Der ist hier übel stark Der Typ Ah Das wird ja auch nicht angeschrien Von Nachhören Boah Der hat doch nach Mann Boah Hä Was hab ich mit Nein Die haben die falschen Blöcke gemacht Was ist denn da los Da kommen so viele Zombies runter Was ist denn da los Hallo Was ist das Ey was ist das denn da Der eine Was hast du denn für ein hässliches Ding Habe ich den Diebblöcke gemacht Wie bescheuert bin ich denn Was ist denn Die sieht ja lustig aus hier aber Die sieht ja lustig aus Wie werden die Leute hier beleidigt Wie wird das denn die Einbombspflichten Also Kinder Knappern Hallo Ja Sind wir Danke noch hinter für die Kiste Ey was bist du ein Clown Keine Sache Geil Das ist ja lustig aus Clown gefrühstückt Schon wieder einer mit tausend Alter Müsst du mich verarschen Oh jetzt läuft der auch noch Mama Mama Mie Zuck zuck zack Zuck zuck zack Zuck zack Zuck zack Ächen Hä Was ist das denn für einer Das ist immer gefährlich aus. Der Herr General, ach so, okay. Jetzt haben wir schon alle so rein hier, oder? Das ist der Verrallgeneral. Das ist der Verrallgeneral. Danke für den Blastrace und Hansen habe ich doch ein bisschen Danke gesagt, ne? Ist ja liegend. Oh, die ist ja gut. Rahmenformen, da sind sie. Die falschen gehabt. Oh, sind hier Waffen. Den können wir besser legen. Baust du ein Maschinengewehr, selbstgebautes? Ne, habe ich. Panisch. Alter, Muni. Komm doch mal auf mich heran, ja. Ich mache mal neben die Tür eine Kiste, da kann man Zeug reinschmeißen, das man verkaufen kann. Ja, ich habe vor dem ganzen Bild einfach irgendwann geschmissen. Ja, genau deswegen sage ich es ja. Genau deswegen sage ich es ja. Ich kann es nicht, aber hier sind die heißen Bilder. Ah! Also. Genau deswegen sage ich es dir doch. Weil ich dich kenne. So was wollen wir hier nicht sehen. Oh nein, weil ich dich kenne. Halt. Ich weiß ja gar nicht. Warum rucke ich denn das? Hallo? 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 Hallo, hallo. Was ist los? Hat geruckelt. Hey, vielen Dank. Wie war es schon? Es hat geluckelt. Ja, bei mir auch. Server gar gesponnen. So. Server? Ist ja kein Server. Äh, mit einem Spiel halt. Wo bist du noch, Prinzessin? Ich glaube, auf dem Server wird es besser laufen. Ja. Die Sache. Na, schuldige Poster, ja. Ja, aber ich weiß ja. Zwisch ist da so ein bisschen müde. Wo bist denn du? Ach, da hinten. Ich sehe dich. Kurz vor unserer Seite. Ach. Mutti war müde. Mutti schlafen. So, komm, wir gehen mal ins... Oh, ne. Ist das jetzt geschickt, wenn wir um kurz vor 22 Uhr irgendwo hingehen? Boah! Alter! WTF? Hallo! So ein Brennergeier gleich irgendwo. Ist gleich 22 Uhr, ne? Ey! Der Geier ist hier im Haus! So ein Pennergeier. So ein Pennergeier. Was'n das? Es ist vor. Es ist 22 Uhr. Uah! Boah! 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 Ich muss mal Waffenball haben. Ja, ne. Oh! Der Nachbarseer Junge steht draußen. Oh! Oh! Das sind alles war runtergespannt. Mh, mh, mh. Hallo, hier sind die Kiste. Eine gute Kiste. Du hast zwei. Komm mal hoch! Wir leben eine. Hm, hat ja. Oh, da oben ist ganz... Sind gerade ganz viele runtergefallen. Was ist das? Was? Was? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Wir haben was mit dem Hintern. Haben wir Durchfall? Ja. Na toll. Boah! Ich habe gesagt, hier kommt ein Hund. Das war doch nur erschreckend. Jetzt habe ich harten Durchfall. Oh. Vor allem harten Durchfall. Ach schon, da unten ist es ja. Piii! Was haben wir denn? Oh, ich soll es rund um den Zähne, ne? Habe ich genügend, ne? Danke! Oh, nice. Oh, soll ich echt die 1000 Aufschlagen? Was soll ich denn da sagen? Dankeschön! Nee, bringt doch nichts. Na, soll ich auch mal. Aber hab ich nicht richtig. Ich hab einen ganzen gehabt. Nee, ich hab keinen. Na ihr! Irgendjemand? Schalt da unten. Oh, ich hab ein Messer gefunden. Sehr geil. Hast du schon etwa ne Lampe? Ja, die war bei mir mit dabei. Aber die Geiler sind ja hier fünfmal größer wie... Das ist normal, ey. Das bein ich auch noch. Was ist denn das so? Hä? Ne, ne, ne brennende Schlange. Willst du mich veräppeln? Ne brennende Schlange. Wurde? 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 So was läuft da. Herzlich willkommen erst mal. Ach nee, so war es da. Entschuldigung. Wo ist denn die unten oder was? Ihhh, was machen die da alle? Ist ja engelhaft. Die fressen mich. Schweine. Ähm. Scheiße. Oh. Ciao! Laufschlauuuuff! Laufschlauuff! Der wird einfach, ich hole die alle hierher, ne? Wo sind das? Laufschlampe! Laufschlauuff! Wird nur sich verfolgen. Ich bin da auch mal weg. Das muss ich verfolgen. Ist an mir vorbei gelaufen, idiot. Warte. Ich shoppen soll bei unten alles kaputt, ne? Nicht gut. Deswegen habe ich extra repariert. Ein paar Hosen wären nicht schlecht. Ach Quatsch. Vollkommen überbewertet solche Hosen. Hosen werden vollkommen überbewertet. Jawoll! Aber ich habe keinen Durchfall mehr. Oh, siehst du. Apropos. Hast du Goldrude gesoffen? Nö. Achso, stimmt. Hörbauchelm. Gib mir die nicht. Ja, aber da ist nichts drin. Die habe ich rausgenommen. Achso. Ah, Absicht. Ich zeige dir, ich höre es doch. Passieren die Funktionen? Danke. Jawoll. Kannst du auch nur anziehen? Ah, man sieht nicht fettig aus, ey. Ne. Wird mich nicht selber vernaschen. Eigentlich nicht, aber. Ach, geklappt. Ekelhaftigkeit. Wollen wir mal ein paar Farben? Hey! Scheint irgendwas. Ich habe deine angesprobt, jetzt sehe ich alles verwirrt. Ich habe aber endlich eine gerade Fäsche gefunden. Ja, da gebe ich halt den. Das schon. Das ist ein bisschen... Verspuckt mir, welche Drecksau. So, ich. Oh. Hast du das? Hey, du, oder? Oh, jetzt ist die Waffe schon kaputt. Dreimal mit geschossen. Ein bisschen Spaß. Jawoll, ja. Was ist denn so? Ich brauche ein Rohr. Ja. Nein. Oh! Ich will nicht da. Hier, der! Die Drecksau hier unten in der Spiel. Der Mann ist. Der Trecker. Trotz hier rum und trotzdem in die Bühne. Ekelhafte Drecksau. Anzeige ist raus, ey. Das ist komm, ich bin gleich weg, ja. Hatte alles verliegen, ne? Ich hatte mich schon wieder getroffen. Alles dreht sich um mich. Du sollst auch nicht mehr. Hä? Alles dreht sich um mich? Das ist ja. Ich mach ihn weg. Komm her, ich mach die weg. Fräulein. Hatte jetzt schon wieder 8 Punkte. Vom Waffen hat keiner was. Menschen, keine. Habe ich auch schon wieder Punkte? 6. Jawoll. Geil. Angriffswelle. Zack. Zack. 4. 2. 4. So. Also immer noch 2 Punkte. Was ist los? Ab morgen ist ein Stoppfil am Hintern. Ja. Was habe ich am Ende? Ein Stoppfil. Natürlich. Halt. Stopp. Hier ist kein Eingang. Donderbuchsen. So. Immer noch einen Punkt. Ähm. Dann wird das auch mal Sperre Rüstung. Das ist halt verhandelt. So. Das ist nicht in Ordnung. Und ein Pfeil. Das hat er auch noch am Arsch ey. Ja. Wo ist er denn? Da. Bruder. Komm her in den Düsen. Halt ey. Halt die Düse. Danke. Sehr gern. So bin ich. Aber ich glaube hier fehlt noch ein Stück Leiter. Ja. Ja. Aber wenn man voll ist, kommt man nicht hin. So. Wieso? Oh, da hinten kommt was grünes. Oh, da hinten kommt was grünes. Iiii. Der ist noch nicht tot ne? Er ist noch tot ne? Halt. Springen. Jawoll. Ui. Danke. Achso, grüner von hinten. Grüner von Achtern. Alter, was hat denn der? Hau auf ey. Dereck in alle, eine dumme Sau. Oh, was ist jetzt? Ich bin verstrahlt. Oh! Oh, ich bin gleich tot. Jo. Oh fuck. Ich hab kein Demolisher gehört. Wir sind jetzt schon. Ja. Und beim Solospielstand ist am ersten, in der ersten Nacht hier genau ein riesengroßer, ein zwei Meter großer Demolisher gelaufen. Danke. Oh, vielen Dank von Herr See. Ich hab mich kaum. Huch. Das Hühnchen ist mir einfach in die Stuttfläche. Ähm. Ich hab die zwei Meter, äh, äh, die zwei Meter. Stotter wird zusammengeschrieben. Was ist denn? Ja, die hab ich gefunden, die zwei Meter Demolisher. Wo denn? Der kämpft gegen einen roten Bären. Wo bist denn du? Genau, genau hinter dem Haus, wo du halt bist da hinten. Hier, da, da hinter diesem Haus auch. Lass uns aber hingehen. Ja, Tissbach beim Scherben. Ist er da. Oh! Oh! Wo ist der schnell? Fickern! Hab ich doch gesagt. Ich bin weg. Ich hab keine Energie mehr! Alter! Einschlag! Ha! Verpiss dich! Oh, jetzt müssen sie genau vor unserer Base, die beiden. Ich seh nix! Alter! Nein! Das passiert ja auch noch! Ha! Der Bär kommt einfach um! Okay! Ich hab ihn erschossen! Ja, der hat nicht gehört, aber! Der hat nicht gehört, aber! Das ist mein Bär! Ja! Wär typisch, ne? Mit den Köpfen! Er hat gesagt, dass er groß war, ne? Ist aber so ein kleineser Loch. Ja! Ist das dein Schlafsack, der hier unten steht? Ja! Macht es Sinn, dass er hier unten ist? Nein! Ich hol ihn gleich hoch! 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 Siehste, ich komm hier nicht hoch! Wenn ich überladen bin und hungrig und Durst hab! Ja, aber dann musst du dich mal aufhören, du! Na! Hast du schon was Schönes gekocht? Ne, natürlich nicht! Habt nicht! Habt nicht! Habt nicht! Das Holz wird hier! Das ist was im Grill! Ich bin auch nicht so der Koch! Ich... Reiß noch jemand! Ne? Merk ich! Merk ich! Wie würdest du meine Kiste hier? Ach, da bist du dran! Das weiß ich nicht! Warum ist das Feuer für die Arm? Ähm... Sch... Schmier... 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 Das ist ja die Farmer! Ah, Farmer ist halt zu Dings, ne? Dank für der Betty! Oh ja! Oh! Kassenfutter! Kassenfutter! Ahhhh... Fertiger! Huuu! War jemand da? Ist anybody da? Ist anybody da? Schmier... Ist ja mal ein bisschen... Aber hier... Ganz schön nervig! Ja! Ist richtig! Papp! Juckt's! Ich weiß, wo dein Sack schlägt! Ja, also... Einmal essen, sonst zuletzt! Ja, genau! Gibt den Durchfall! Habe ich immer noch! Oder? Ne! Ich hab den Gold-Ruben-Tee bei mir, also... Mir kann nichts mehr passieren! Das freut mich für dich! Ich verdurste hier gerade, sehe ich! Äh... Ich hab ne... Wasser! Daraus Wasser? Äh... Ja... Da! Danke! Reiner Wasser! Reiner hat Wasser? Ja! Reiner hat Wasser? Reiner hat Wasser! Ja! Reiner Wasser! Ah! Schade! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Zeig! Zweinchen! Ja! Danke! Bayley! Uh... sehr geil! Der ist wichtig. Danke! Ah... Oh! Er sieht neue... Befehle! kommando bimberle und ich habe jetzt zwei neue punkte wo haben wir noch ein ich bin so stolz auf dich wie viel glück muss man haben wie viel glück muss man haben das ist ja der wahnsinn wahnsinn zu viel glück muss man menschen ich habe auch ein fahrrad geil ich muss jetzt so schnell die spiele aufstellen dann kann die schon mal schmelzen dann können wir uns nämlich ein gitter machen für den herd und dann können wir endlich chicken nuggets essen hallo schlusser mann war war und mit ein bisschen was aufs maul ja Oh, er hat kopflos gehandelt, mir leid, irgendwas schönes, ist es noch da? Nein. Ne! Boah, lebt mir doch am Mars, Benni! Zucker, Brot und Peiche sag ich nur, Zucker, Brot und Peiche. Was ist jetzt? Hat noch keine Rolle gespawnt bei mir. Na dann, wenn's so ne Kle... Leider. Oh, Sprein, oh, Sprein, danke, freche Hechte. Oh, Rohrbomben. Nice. Alt! Was denn, hier, ne? Was denn da? Hallo? Oh, das ist echt... Hallo? 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 Ist anybody da? Nö. Warum denn? ausverkauft? Ja, ich bin mal da. Lass mal kurz hier ein bisschen... Ich geh gleich raus. Ich will nochmal kurz hier ein bisschen Sicherheit machen. Sicherheit ist was für Büffis. Nein, für die Schmiede, damit die arbeiten kann. Oh, mein kleiner Sohn nimmt das Kind aus dem Auseinander. Hupsi. War, Frosty und Sprengstoff? Ja? Ja, da versteht mich jemand. Jetzt die Steine raus, oder was? Ja. Geh doch mal da jetzt in das Loch rein, du Forel, ey. Ja, ähm... Wenn ich, falls ich wieder sterben sollte... Mal eben... Wo ist denn ich... Scheiße, machen wir kürzere Abklingzeit. Warum nicht immer fünf Minuten warten, ne? Warum nicht? Was ist das hier, als Gitter machen? Oh, Schöpende! Hab ich nicht, da ja, Halle. Grill... Zack. So, warte mal da auf den Grill. Hey! Was war da? Wie war das denn das, ja? Ja. Was war das denn das, ja? Was war das denn das, ja? Was war das denn das, ja? Das ist ja... Äh, das hält auch so geil. Jawoll. Ja, jetzt bloß nicht runterfallen. Jetzt schaufeln muss ich nur mal machen. Warte mal, schaufeln. Ah, Benny! Sooo... Chicken Nuggets! Einmal Chicken Nuggets bloß... Sehr wärmig. Das ist wieder klar. Das ist ja erbärmlich. Aber... Eine Abströmmung. Tanzbessel, Schlamot und Champetti. Hier Frosty, du bist doch Kochlevel höher gemacht. Du kannst mal ein paar Eier mit Speck machen. Hast du Eier und so? Ja, ich hab Eier. Den ganzen Sack voll. Die Hühnereier bringen mir aber nicht. Warum nicht? Richtige Männereier. Was sind denn Männereier? Benji muss A, B über 10 machen. Was ist das? Ich werde hier von den Mobs angegriffen. Ähm... Was denn? Ähm... Ähm... Da, da, da... Ich werde mit Eier. Ich werde mit Eier. Nur 4 Flüss? Jawoll, danns Battle. Nur 4 Eier? Ja. Wir müssen aber es hier vom Schützenfest. Habe ich nicht noch irgendwo Fleisch? Ja, irgendwas hier. Wir brauchen mehr Fleisch. Ja. Musst du besorgen. Ich glaube sie die Wohlfahrt. Äh, ja. Warte, die Mädchen in Angriff. Jawoll. Das ist doch nicht möglich. Ich habe schon. Ich bin... Nur, äh... Ähm... Ähm... Bei Abstimmung ist leider ein bisschen anders. Die vom Lachen. Oh, danke. Na, hier. Wann geht's denn los? Wann geht's denn los? Ja. Oh Gott. Fragezeichen ist jetzt auch nicht besser, ne? Hey. Was ist jetzt? Kommt mir... Warum rennen die denn eigentlich alle hier? Kannst du mir das mal verraten? Das muss an der Borse fliegen. Weil... Ich habe mich eingestellt. Ähm... Oha, muss ich sagen, schlimmer. Äh... Es wird mir halt ein bisschen schlecht. Jawoll, egal, jawoll. Ist das ja. Ja. Wann geht's denn hier? Hä? Haben Sie die Basildo-Fische oder... Hä? Warum haben die so Märchen da drüber? Ich weiß nicht. In hier in dem Haus. Du machst das schon. Ja, hab ja. Sehr gut. Probierlichs. Hä? Ich kann die nicht öffnen. Warum nicht? Weil es meine sind. Danke, Baby. Danke. Entschuldigen Sie, Herr Nachbar. Was machen Sie hier draußen? Ah, war die Abschuldung beim Morbis. Ja. Danke viel. Vielen Dank. Vielen Dank für die Geier. Vielen Dank, wie lieb von dir. Also, ich brauche eine Ranch für mich. Ich brauche eine Ranch. Ja, brauche ich auch. Ich brauche das einfach so hoch auf den Sack, ne? Das ist alles, was man bieberfüllt ist. Das ist alles einfach auf den Sack, ne? Das ist eigentlich was überfüllt ist. Der Koffi. War den? Oh, Farah. Hier sind voll viel Farahle am Tag unterwegs, ne? Sag ich doch. Das ist wohl im Karton, hab ich gesagt. Das Mais. Mais ist immer gut. So ein Scheiß mit dem Mais. Du hörst dich nicht so an. Das sieht Nebenluft, glaub ich. Das glaub ich auch. Der Mose-Leute nicht ganz richtig. Ne. Oh, ich hab noch zwei Schuss, ist so dumm. Ein Vergaser als Kapp. Ich hab dich gesehen, Junge. Ich hab dich gesehen, ich bin ein Blind. Und die Mutti steht im Ecke. Wie der Sitz, wie der Sitz. Wie der Sitz, wie der Sitz, wie der Sitz. Eieieieie. Ich mach euch mit Babyplatten. Ich hab Milch gefunden. Bambi. Bambi, lauf nicht so weit weg. Komm auch gleich mit dir. Oh, Bambi ist gut. Bambi brauchen wir. Okay. Hallo, ich hab noch eine Ladung Schroh zu verteilen. Bleib mal lieben. Oh, Bücher. Bambi. Bambi. Ab mich um die Nase. Bambi hilft nicht an. 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 Da könnte ich mal was essen. Bambi hilft nicht an. Bambi. 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 Fleischhaut, oder? Oh, hier ist was los. Na ihr? Was hast du mit deinen Händen gemacht? Das sieht aber nicht gesund aus, Fräulein. Dann auch so rennen! Bisschen Honig holen? Oh, oh. Hehe, was ist los, he? Habt ihr das Haus? He, 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 he. 25 überladen ist es ab, Alter. 25 überladen. Alter, bist du groß, ey. Danke. Ich hab mir gesagt, er ist groß, der Hund ist groß. Ja, darf ich dann trotzdem nicht Danke sagen, oder was? Ich weiß nicht, ob das so angebracht ist. Angst, bleib, blöd. Wuh, wuh. Ich hab' den Hals anbis, ja. Ich brauch' Stoff, Baby, ich brauch' Stoff. Oh, Alter. Baby. Baby. Ich hab' das genau gesehen, Freundchen. Jawoll, tanz Mädels, tanz. Tanz für mich. Hallo, ich hab' gesagt, ich soll tanzen. Oh, ich bin so hart überladen. Ich hab' da auf dem Friedhof irgendwas schönes, ey. Ja, wenn, dann wollen wir die auch tanzen sehen. Stimmt, aber da hast du recht, Brink. Warum tanzen die Bande nicht? Brenser? Na, halb wieder, hm? Mach' dir so dran, weil ich hab' immer ganz lieb, ey. Natürlich, natürlich. Jawoll, tanz für mich. Tanz! Hier gespielt meiner Lust. Tanz. Oh! Heya! Heya! Hia! Dang. аст. Bis zum nächsten Mal.